für 2010 ja für 2010 ja aber eh warum keine komo du hast und okay 5000 schaden sehr schön also sie bekommen arbeiten anders geht Wie toll heißt? Wir machen Oh, ich kann Celerity wieder einsetzen Ähm Das werde ich mir für Ja, das werde ich mir aufheben Das hebe ich mir auf, ganz klar So, wir werden jetzt nochmal mit Nina Typhoon machen Mit ihr machen wir Hä, wo sind meine Zauber? Mit ihr machen wir Inferno Und du wirst nochmal Vita-List-Cast Anders geht's nicht So, und jetzt müsste dann Gigaflare rauskommen Dann würde ich mal gucken, wie viel das abzieht Weil nur mit Kombos kommt man hier weiter Weil das macht ordentlich Schaden Alles andere kann man, kann man vergessen Aber ich sollte vielleicht mal Dreier-Kombos einsetzen oder so So, 3.800, Erste Gigaflare Hä? Wieso kommt kein Gigaflare mehr raus? Bin ich jetzt dumm? 5.300 Schaden Sehr schön Ich sollte mal hier Hero, Hero wieder nach vorne Ja genau, greif an Das ist Was zur Hölle? 1200 Schaden knapp Alter, alter So, wir werden jetzt nochmal hier Dann wirst du mal Level 3 Wirst du mal das hier machen? Du machst mal Blizzard Da müsste doch auch was rauskommen, oder? Moment, jetzt holen wir mal hier Ash Shining in die Gruppe Du machst mal Primus Hatten wir den schon? Ich glaub schon Egal, mal gucken, was das abzieht So, Aryu Pyeong Stärkste Windzauber Hoffentlich machst du viel Schaden Hoffentlich machst du viel Schaden Was? Was ist das denn? Jetzt war er nämlich nicht dagegen anfällig See ne? Thunderstorm Mal sehen, was das anrichtet. Scheiße, Dreck. Primus. Ach, das war der komische Angriff. Mit den ganzen Gong-Heads. Bam, 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 bam. Und wie viel Schaden machst du? Wow, wow, 3620. Wow, wonderful. Epic. Sehr gut, Darkwave, okay. Okay. Mein Gigaflare ist trotzdem immer noch das Beste, was? Gut, das macht jetzt nicht sonderlich Schaden. Ja, 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 ja. Wir machen nochmal Aurasmash. Ähm, Dumas, beziehungsweise Dumas Typhoon. Moment mal, du kannst doch auch hier, oder? Ja, du kannst doch auch hin. Natürlich, du kannst auch hin fähren. Oh, komm, hau rein. Hau nein. In der Hoffnung, dass er nicht dagegen immun ist. Ja, und der Kampf hat mehrere Formen. Er hat, glaube ich, zwei Formen. Also, er ist der Tyrande und danach kommt noch einer. Die zweite Form ist um einiges beschissener. Alter, was ist das für Schaden, was der hier raus hat? Der Drache ist voll schwach. Voll lächerlich hier. Den kann man sich da... Ach, komm. Den kannst du die Tonne kloppen, kannst du den. Komm, hau rein. Hier, das ist Schaden. Das ist Schaden. 4.200. Und jetzt kommt noch Inferno. Und das haut dann vielleicht auch nochmal 1.000 rein. Ah, ja. 6.000 Schaden knapp. Sehr gut. Jetzt gerade... Oh. Wow. Sie hat es überlebt. So, das war's für den Kaiser. Der Kaiser... Jetzt... Jetzt der auch einen Arsch schieben könne. So, ähm... Du gibst dir mal selber... ne Wisdom Seed. Ne. Wisdom Fruit. Du machst mal wieder Vitalize. Und du machst mal Shining Blade, dass ein bisschen Schaden wenigstens rauskommt hier. Aber ansonsten wird das nix. Ansonsten wird das gar nix. Sark! Eher. Eher. Komm, 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 komm. Schneller, schneller. Wieso nehme ich nur mit 20 FPS auf? Ich verstehe das nicht. Oder es liegt an dem Kampf zu viel Sprites. Zu viel Dreck hier drin. 1757. Danke. Das war nicht viel, aber gut. Malification. Das ist, glaube ich, einer der nervigeren Zauber. Oh ja. Ich glaube, der tut auch Zustandsveränderungen hervorrufen. Irgendwas war da. Ja. Genau, das war das. Er ist nur blind und vergiftet und verwirrt wahrscheinlich auch noch. Ne, verwirrt ist er nicht. Gut. Sehr gut. Ähm. Ähm. Ich hatte irgendwo eine Kombo-Liste, aber... Ach, ist jetzt auch egal. Machen wir Typhoon. Du machst Super-Kombo. Du machst Inferno. Das haut am meisten Schaden raus hier. Ich kann mir keine Kombos merken. Normal wäre der Gegner schon down, aber gut. Ist egal. Ist egal. Es bin halt nicht. Es ist ein Lucifer, der kann halt nichts. Komm, wie viel, wie viel? 3000 Minimum, Minimum. Scheiße, zwar wieder gegen Windunempfindlich. Ähm. Fuck! Falscher Knopf. Ja, hätte eh nichts gebracht. 100 Schadenforschläge. Fick dich doch ins Gesicht, Alter. Bis gegen Feuer jetzt auch noch unempfindlich, oder was? Ich hasse Gegner, die dauernd ihre Elemente ändern. Ihre Schwächen. Und, äh... Oh, ne, dagegen nicht. Wow. 2300. Wow. Wow. Dark Way. Blablabla. Ich muss mir gleich nochmal die Kombo-Listen... Oh, was ist das denn? Oh, das ist jetzt aber eine schwache dunkle Welle gewesen, du. Da hast du jetzt umsonst eine Welle gemacht. Ähm. Ähm, 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 Wie gesagt, das sind alles Zauber, die kann man alle so schön nutzen, wie Concentrate oder so, oder... Focus oder so. Ähm, ich hab da keine Ahnung von, und deswegen lass ich's einfach... Ich sag's so, wie's ist. Magic Ball. Komm, Erschin, tu mal was für dein Geld. Mach mal hier ein bisschen, äh, ähm, ähm, kannst ja nochmal den Primus einsetzen. Und du? Du? Ich weiß auch nicht, was du machen sollst. Ich weiß es einfach nicht. Shining Blade? Du triffst dann eh nicht wahrscheinlich. So wie ich dich kenne. Oh, Blizzard, komm. Okay. Wow, epischer Zauber. Episch. Great. Great, fuck. Oh, das kann Jahrhunderte dauern hier, nur weil ich zu blöd bin. Wow. Ja, ja, ja. Moment mal, ich guck mal kurz, was für Kombus man hier raushauen kann, du. Okay, ähm, machen wir mal, ähm, blizzard und quake. Müsste auch was brauchbares rauskommen. Du? Mach's mal Fokus auf dich. Da sollte jetzt eigentlich Disaster rauskommen. Ach ja, und selbst wenn ich nicht aufnehme, nehme ich nur mit 20 FPS auf, also ich weiß nicht, was hier los ist. Disaster. Disaster! Disaster! Oh Gott, das macht alles so wenig Schaden, ey. Das ist doch Blödsinn. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin damals immer mit einem schlechteren Level, also mit einem niedrigeren Level als jetzt, wie ich es bin, hier reingegangen. Meistens sogar mit Level 30, höchstens. 35, 40, also. Wow. Okay, das ist heftig. Das war heftig. Das war's für's. Ah, nein. So. Angriff. Äh. Vitalis. Und Kray. Kray, Kray, altes Haus. Kray, 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 Kray. Äh. Du kannst auch nur Dreck. Du kannst nur Dreck. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Oh, Wildshot. Schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht bringt's mir jetzt ja was. Oh, oh, oh. Wow. Das ist schöner Schaden. Ja, jetzt ist Fokus natürlich weg. Das heißt, ich kann das, glaube ich, drei Runden lang aufladen und dann geht's ab. Deswegen werde ich das jetzt auch gleich nochmal machen. 6700 Schaden, hier. Ja gut, bei ihm nicht. 7200, hier. Insgesamt halt. Durch meine Heilung natürlich auch. Aryupyong. Jetzt kraft er mit dem ganzen Scheiß-Element-Zauber, oder ne? Leck mich doch am Arsch. Der Kampf, der zieht sich so in die Länge. Ja, dieser Kampf hat zwei Formen, ja. Oder zwei, zwei, äh. Ja. Zwei Formen halt. Zwei Abschnitte, sagen wir es mal so. Moment. Fokus. So, und dann lädst du dich auf. Du machst eben nochmal Vitalis. Äh, du machst doch mal Shining Blade. Vielleicht trifft's ja. So, ich glaube, das kann man bis drei aufpowern, dieses Focus. Also bis unten bei Heroes Portrait, die drei steht. Und dann hauen wir mal zu. Und dann, das müsste dann Imba-Schaden machen. Ja, Heilung ganz wichtig hier. Ich hab keinen Bock, mich in Drafen zu verwandeln. Das bringt alles nichts. Das sind alles schwache Kinder. Ich könnte mich in, äh, Mammut verwandeln, aber... 1600, yeah. Yeah, yeah. Wie viel Lebenspunkte hat der noch, man? Arc-Viel dürfte er eigentlich nicht mehr haben. Dark-Wave! Dark-Wave! Oh, yeah! Oh, den Schaden möchte ich immer sehen, du. Das ist gut. Gefällt mir. So, Nummer 1. Dann tun wir... Dann tun wir mal abwehren. Ach, die Musik ist da aber irgendwie krank. Muss man einfach mal so sagen. Äh... Äh... M, 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 M. Dann machst du noch mal... Primus? Nein, nicht Typhoon. So, was ist mit dem Controller los? Hallo! Machst du das noch mal? Primus? Optimus Prime! Äh, und du machst noch mal Typhoon, sag. Warum kann man damit keine Kombo machen? Ich verstehe das nicht. Wie viel Schaden das macht, ey? Dann 2000 ist das schon drin. Dann 1000, 1000. Zwischen 1000, 5 und 2. Und nun? Yeah. Yeah. Jetzt nervst du aber. Jetzt nervst du mit deiner dunklen Welle. Die Welle. Komm, stirb einfach. Stirb doch einfach weg. Aber der Schaden ist schön. Das sehe ich gerne. So, jetzt müssen wir zwei bei mir drinstehen. Ja. Ich glaube, bis drei kann man es aufladen. Und dann haue ich mal zu. So, wenn das dann nicht Imba Schaden macht, dann weiß ich auch nicht mehr. Machen wir mal Blitz. Mal sehen, was das so raushaut. Und dann nochmal Vitalis. Vitalis. Der Blitz ist non-elementar von dem her. Leck! 500 Schaden, irgendwas. Super. Oh Gott. Warum die Gegner so viel Lebenspunkte haben? Warum ich so schwach bin? Oder weil ich einfach zu blöd bin für das Spiel? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt mal gucken, was hier Ding raushaut. Wenn ich jetzt angreife. So, jetzt ist der Counter bei drei. So. Das heißt, jetzt könnte ich eigentlich raushauen. Wenn ich jetzt eigentlich Double Blow machen würde oder so, nein, dann wird es auch wieder halbiert. Oder Super Combo? Ich weiß aber nicht, ob das dann was bringt. Wenn ich jetzt die Super Combo raushaue. So, probieren wir es aus. Angriff. Du gehst mal nach hinten. Du machst Shining Blade. Ich weiß nicht. Du gehst mal nach hinten.